ja hallo leute hier ist wieder euer msc let's play ja dies soll es heute erst mal nur ein info video werden und zwar es ist zwar noch ein paar monat hier hin aber damit ihr schon mal bescheid weißt und das zu ehren des spiels von den meinen ich sag mal lieblings entwickler in die game entwickler spaceman strife aka also steffen didoro aka spaceman strife mache ich ein sagen wir mal so ich feiere mit ihnen das einjährige jubiläum jubiläum zu freedom planet also nach amerikanischer zeit wäre das am 21 juli bei uns kam es ja 22 juli um drei also drei uhr morgens raus okay gut er sagt ich werde mich auf den höchsten schwierigkeitsgrad versuchen zwar nur mit ein charakter erst mal immerhin und zwar wieder den story mode gut das soll es fürs erste gewesen sein und ja wenn euch drauf freut würde ich mich mal like unten in den kommentar freuen und wir sehen uns dann zum einjährigen jubiläum zu freedom planet ok nochmal zum schluss ich bin euer guter msc let's play der zockende igel und ich sage bis dann schauen und reingehauen und wir sehen uns dann auch morgen wieder oder ja zu sonic and the secret rings und sonntag nicht vergessen gibt es wieder ein sonic fangames hacks showcase teil 2 und zwar habe ich mir mal überlegt sonic robo blast 2 jeweils ich das ist mir sagt ich erkläre es gerne noch mal das ist keine let's play serie war nur showcase das heißt ich zeige bloß die spiele also ich ziehe sie nicht als let's play durch sondern nur zeigen okay und das war es jetzt endgültig tschüss noch mal leute bis morgen